In Deutschland erkranken pro Jahr 500.000 Menschen an Krebs. Obwohl die Behandlungen stetig besser werden, ist die Diagnose schwer für jeden. Daher ist es wichtig, schnell zu wissen, wie es weitergeht. Um auf alle Fragen eine bestmögliche Antwort zu finden, arbeiten wir hier am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, kurz NCT. Hallo. Wir sind eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätsklinikums Heidelberg und der Deutschen Krebshilfe. Krebsforscher und Ärzte arbeiten Seite an Seite unter einem Dach. Das schauen wir uns erst einmal an. Spezialisten aus verschiedensten Bereichen kommen am NCT zusammen. Der Patient steht bei uns im Mittelpunkt. Untersuchungen und Behandlungen werden im NCT und am Universitätsklinikum Heidelberg geplant, durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse besprechen Experten im Tumorboard. Einer interdisziplinären Konferenz. Gemeinsam wird geklärt, welche Therapie für den Patienten geeignet ist. Das kann eine Standardbehandlung sein oder eine individualisierte Therapie. Am NCT, DKFZ und Universitätsklinikum wird intensiv geforscht. Unser aller Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Labor schnellstmöglich den Patienten zugutekommen zu lassen. Wir können heute Krebs immer besser verstehen, früher erkennen und gezielter behandeln. So bringen wir neue Ansätze wie beispielsweise Immuntherapien zum Patienten. Mit der Teilnahme an einer klinischen Studie haben unsere Patienten Zugang zu einer innovativen Behandlung und helfen mit, Krebstherapien für alle zu verbessern. Eine Krebserkrankung betrifft viele Lebensbereiche. Um die Folgen der Krankheit im Alltag besser zu bewältigen, steht am NCT ein umfassendes Hilfsangebot durch unsere Pflegeexperten, Beratungsdienste und Selbsthilfegruppen zur Verfügung. Durch die enge Verbindung von Forschung und Patientenversorgung können wir viel lernen und vielversprechende Therapieansätze schnell voranbringen. Für eine persönliche und gezielte Krebsbehandlung. Weitere Informationen zum NCT finden Sie auf www.nct-heidelberg.de